Hallo, ich bin der Emanuel Großmeister. Ich zeige euch heute Häuserset Kino. Das Haus ist 38 cm hoch und 20 cm breit. Hier sieht man nochmal, dass man die Stockwerke abnehmen kann. Hier ist jetzt eine kleine Szene gebaut. Mit den Figuren. Hier sieht man jetzt, was es für Häusern noch so gibt. Hier sieht man jetzt nochmal die verschiedenen Stockwerke. Unter uns sieht man, dass man das Haus dran machen kann. Und hier sieht man nochmal von vorne Stock das Haus. Und hier sieht man jetzt ein paar Szenen noch abgebildet. Mit der Schauspielerin. Und, ähm, bisschen gerade im Kinosaal sitzen. Und, ähm, bisschen Popcorn holen. Jetzt fangen wir hier mit dem Haus an. Jetzt zeigen wir es euch von oben. Jetzt zeigen wir es euch von der Seite. Das ist recht groß, das Haus. Jetzt zeigen wir es euch aus. Jetzt seht ihr es nochmal ein bisschen von nahe. Mit der Leiter. So, von vorne. Jetzt zeigen wir es euch. Jetzt zeigen wir es euch. Wie man das Stockwerk abnehmen kann. Es ist nur an drei Stellen oder zwei Stellen befestigt. Listen. Kommt das ganz leicht runternehmen. Da sind Treppen drin. Ähm, ähm. Kinoleinwand. Da sitzen die Leute. Kinoleinwand. Jetzt zeigen wir euch hier. Das Untergeschoss. Jetzt sieht ihr was für Kinofilme laufen. Der Treppe. Hier ist der Kinoschalter. Wo man die Kinokarten kaufen kann. Ein paar Pflanzen innen drin. Ein paar Lampen noch. Alles schön aussieht. Jetzt zeigen wir euch. Dass man die Tür auch aufmachen kann. So, jetzt zeigen wir euch das nochmal schon von vorne. So, jetzt zeigen wir euch das nochmal schon von vorne. So, jetzt zeigen wir euch das nochmal schon von vorne. Die Limousine, wo dabei ist. Ich zeige euch jetzt wie sie aussteigt, dass die Haare in der Packung geht es ja darum, dass die Schauspielerin zur Premiere kommt, zu dem Film und dann fährt sie mit der Limousine vor. So, was bedanke ich mich für das Zusehen, euer Emanuel Großmeister